Also das nur, zieh doch das dann. So, jetzt fang ich an, das muss ja noch kurz ruhig sein. Weil der Bekannte von mir ist am 17.12. auch nach Berlin. Wie gesagt, das sah dann auch eine Petra aus, was du fährst, kann doch nicht mehr. Du guckst auch am meisten durch deinen... Ja. Das fischst du wieder. Guck mal, der kleine Hermes ist da hier. Oh, ganz schön. Was? Der Hermes. Aber was willst du denn als gestandene Frau mit so einem Jüngling? Oh nicht. Den schnupst du doch einfach mal so weg hier. Ja. Also das sieht auch nicht gesund aus, was er da unten hängen hat. Der hat einen Stock im Arsch, wie unser Politiker. Der Arsch ist aber auf der anderen Seite. Oh. Na ja. Der hat ihn doch nur hochgefallen. Der hat ihn doch nur hochgefallen. Der hat ihn doch nur hochgefallen. Und da hat ihn doch nur hochgefallen. Oh. 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 Oh, oh. Oh. Oh, oh. Ja. Ja, na. Na, ja. Musik Musik Musik